Also alles, was ihr seht im Video, basiert auf 4 Stunden Schlaf. Bis morgen. Jetzt ist es fertig. Sollten wir uns halt mal Mittagspause machen. Let's go. Ah, Basti endlich fertig. Jump, jump. Mad, mad. Wir sind angekommen am Shrey Location. Shrey Location? Na, Drey, Drey Location. Ich bin schon geschminkt und ziehe jetzt meine Klamotten an und dann geht's los. Wir können ja richtig geile Aufnahmen für euch machen. Es sind seltsame Blüten und wir sind mittendrin. Dabei sollten wir's genießen. Wir machen's uns zu schlecht. Wir singen ein Lied auf das Leben. Unser Pult schlägt im Takt. Dass es immer so bleibt. Wir singen ein Lied auf das Leben. Auf das Glück unserer Zeit. Wir lieben diesen Moment. Auch dass es immer so bleibt. Dass es immer so bleibt. Wir haben jetzt das Anfang aufgenommen und jetzt gehen wir zwischendurch ein Fotoschiff machen. Und jetzt ist es so heiß, dass alles wieder runter geht. Ich hoffe, ihr findet es nicht so schlimm. Es ist mega heiß und länger. Schwitzi, schwitzi. Muss das Outlook noch gerichtet werden? Au, das war ein Haar. Ich hoffe, ich verbrannt. Wie ist unser Auto? Ja, denn wir sitzen gleich hier in diesen schönen weißen Mustang. Das ist Automatik. Und da fahren wir jetzt gleich runter an den Thai-Planche. Meine Augen drehen wieder. Mir ist gerade eine Pflege in den Augen gefühlt. Hier ist es. Machst du Judo oder Mikado oder irgendwas? Das ist die Kurio. Jetzt sind die Haare von Basti auch nicht mehr gut. Jetzt ist es fertig. Sollten wir jetzt halt mal Mittagspause machen. Und wie fühlt sich euch an? Sehr gut. Jungs, aber dass wir hier runter brauchen, ne? Ja, ja. Nicht, dass wir einen Feuerherz verlieren unterwegs. Das wäre nicht gut. Oh, wieder nochmal. Nochmal. Geschweine. Das Auto ist so geil. Ich geb jetzt richtig Gas, Gas, Gas. Auf das Glück unserer Zeit. Auf das Glück unserer Zeit. Wir lieben diesen Moment. Auch dass es immer so bleibt. Dass es immer so bleibt. Wir singen ein Lied und das Leben. Unser Pull schlägt den Takt. Wir tanzen ganz durch die Straßen. Ich muss kurz was erklären. Und zwar sind wir hier auf irgendeinem Berg in Andalusia. Nein Spaß. In Mexiko. Und da sind Bergziegen. Und die rufen die ganze Zeit Matt. 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 Ich komme gleich. Erstmal ein Lied auf das Leben. Fertig machen. Haha. Tja. Matt. 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 Tanzt, ich sage euch, tanzt. Vor allem aus der Reihe. Tanzt, ich sage euch, tanzt. Vor allem aus der Reihe. Mit den Lichtern der Stadt. Wir sehen hier noch das Leben. Auf das Glück unserer Zeit. Wir lieben diesen Moment. Auch dass es immer so bleibt. Dass es immer so bleibt. Wir singen ein Lied auf das Leben. Wir singen Lied auf das Leben.